Englisch ist die weltweit anerkannte Wirtschafts- und Geschäftssprache. Die Bridge Sprachakademie bietet Einzel- und Gruppenkurse in Business- und Alltagsenglisch für Fach- und Führungskräfte sowie Privatkunden in der Umgebung von Kreilsheim und dem Landkreis Schwäbisch Hall sowie Englisch für Schule und Kids und einen Übersetzungsservice. Dabei setzen wir auf qualifizierte Trainer, individuelle Lernmaterialien und bewährte Lehrkonzepte. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen. Einzel- und Gruppenkurse